Seit 60 Jahren ist die Infa eines der Messeereignisse in Hannover. Noch bis Sonntag lädt die Infa wieder zum Bummeln und Einkaufen ein. Fast 1300 Aussteller aus 40 Nationen zeigen, was es Neues gibt rund um Haus, Garten, Mode oder Lebensstil. Wir haben die Infa für Sie besucht. Ob im Bazar der Nation exotischen Schmuck aus goldenem Gras anprobieren oder in der Weihnachtswelt Christmas neue Deko aussuchen. Auf der Infa ist für jeden was dabei. Apropos exotisch, im Bazar der Nation kann man originalen Räubusch-Tee kosten. Justin Hodge erzählt. Räubusch-Tee wächst bei uns ganz in der Nähe von Kapstadt, so ungefähr 100 Kilometer von Kapstadt entfernt. Das tolle Räubusch-Tee ist natürlich gar kein Koffein und auch kein Tee. Man kann es spätabends trinken, man fühlt sich noch frisch und volle Energie. Für Kunstfanatiker ist natürlich auch was dabei. Bei der Lifestyle-Messe Lebensart kann man neueste Innovationen in Kunst und Design beobachten. So auch die Wanddekoration im Atelier von Katrin Geller. Sie erzählt, wie sie die Wanddeko herstellt und warum sie so gefragt sind. Also es ist eine Holzplatte, dann trage ich eine Grundierung auf, eine Modellierpaste und überziehe das mit so dänischen Farben, die immer so einen gewissen Glanz und Schimmer haben. Es ist einfach zeitlos, es hat was von der Sonne, vom Gong, es bringt ganz viel Ruhe in die Räumlichkeiten. Die Leute haben einfach mal Lust auf was anderes an den Wänden, als immer nur Blumen und Landschaften. Ja und Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür. Deswegen können sich die Besucher bei Deutschlands größter Weihnachtswelt Christmas schon mal die perfekte Christbaumdekoration aussuchen. Und wer es nicht so schlicht, sondern exotisch und außergewöhnlich mag, der schaut bei Philipp Rolfs und seiner Kokosblatt, Tannenzapfen und Muscheldekoration vorbei. Wir stellen exotische Naturdekoration aus der ganzen Welt vor und die Leute haben ihren Einblick, was es alles für exotische Früchte, Dekorationsartikel aus der ganzen Welt gibt, um sich das zu Hause ein bisschen schick zu machen. Und was ist bei den Besuchern am beliebtesten? Tannenzapfen aus Kalifornien, die bis zu 35 Zentimeter groß werden, über 50 verschiedene Muschelnarten von den Philippinen, Kokosblattblätter. Das sind so die Highlights eigentlich, die auch am meisten gekauft werden. Und wer sich eine Pause gönnen möchte, kann sich beispielsweise am Kamin ausruhen.